Und Live-Übertragung starten. Alles gut? Ich glaube, wir sind live. Wir sind live. Ich kriege das Zeichen von der Regie, dass wir live sind. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich. Ich wünsche auch einen wunderschönen guten Abend. Ihr Lieben, ihr Lieben, das war ein ganz besonderes Interview. Die Irmgard aus dem Saarland. Und dir grüßt die Irmgard aus der Schweiz. Und die beiden Irmgard, die sind jetzt hier online, live an der Facebook-Gruppe Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Liebe Irmgard, liebe Grüße in die Schweiz. Und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst jetzt hier am Sonntagabend. Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Sehr schön. Und mit mir aus dem Nähkästchen plauderst. Oder plauderst. Mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt, was sich bei dir denn so alles getan hat. Die letzten Wochen. Darum geht es jetzt gleich. Schreibt uns doch mal gerne ein Ja ins Kommentarfeld rein, damit wir wissen, ob wir auch gut zu sehen und zu hören sind. Oder schickt uns auch gerne mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns auch, wenn wir einen Daumen hoch kriegen oder sowas. Weil ich glaube, ich war heute Morgen schon mal live und da hat das mit dem Ton jetzt so geklappt. Und deshalb bin ich da jetzt ein bisschen geprägt. Schreibt mal gerne jemand rein. Schreibt uns auch gerne mal rein, wovon ihr zugeschaltet seid, wo ihr so seid im Moment. Die Julia, die gibt uns einen Daumen hoch, liebe Irmgard. Scheint zu klappen, Christine Schulz auch. Der Thorsten ist mit dabei. Daumen hoch. Die Gabriele ist mit dabei. Schön, dass ihr dabei seid und hier jetzt mit uns eintaucht. Ja. Irmgard, ich habe dich ja schon angekündigt. Von der Familienfrau und der kaufmännischen Angestellten hast du jetzt dein Seelenbusiness entdeckt und bist gerade dabei, dich wirklich zur erfolgreichen Unternehmerin zu entpuppen und hast so ganz nebenbei fast wie auf wundersame Art und Weise auch noch Essattacken ausgelöst. Das ist so genial. Dann sieht man mal nochmal, wie die Seele uns da immer wieder Botschaften schickt und wie einfach es sein kann. Und da kommen wir auch gleich dazu. Bevor wir da in dieses Thema einsteigen, liebe Irmgard, erzähl doch mal, wie du auf mich aufmerksam geworden bist, wie so unsere Anfänge waren, als du bei mir in der Akademie gestartet bist. Das ist, glaube ich, das Erste, was unsere Zuschauer jetzt hier auch mit interessiert. Wie geht so was? Ja, also erst mal habe ich dich sicher schon bereits ein Jahr lang gekannt vorher. Du und mich natürlich. Ich habe dich in Kongressen gesehen, habe Interviews gesehen von dir. Immer mal wieder tauchte der Name Irmgard auf. Und da ich ja auch Irmgard heiße. Also auch schon ein bisschen mitgespielt. Und dann hattest du eine Challenge auf der Facebook-Seite und hast dieses Angebot gemacht für einen Call, wo wir mal schauen können, wie heißt das? Wie heißt das schon wieder, dieser Call, dieser spezielle? Einfach mal hinschauen, wo der Knoten ist, ein Seelengespräch von Herz zu Herz unter vier Augen einfach mal in einer Durchbruchssession zu schauen, wo du stehst und wo du gerne hin möchtest. Was meinst du? Und da hatte ich erst mal, war ich schon auf dem Knopf und da habe ich gedacht, nee, mache ich doch nicht. Und dann habe ich dich aber dann gleich wieder irgendwo durch Zufall gesehen und dann habe ich dann gedrückt und kam zu dem Gespräch mit dir. Ist ja vom Universum zugefallen. Das Universum hat mir locker gelassen und hat mir die Fähnchen gewinkt. Irmgard, das ist das Richtige. Ja, und auch wirklich die Namensfäckerschaft, denke ich, hat es auch mitgeholfen. Ja, ja, okay. Und dann warst du bei mir unter vier Augen in... Genau, dann hatten wir ein schönes Gespräch zusammen. Und ja, ich wusste eigentlich ziemlich schnell, dass ich da mitmachen will und dass es jetzt wirklich Zeit ist, etwas zu unternehmen, um weiterzukommen. Und dass ich nicht weiter ohne irgendwelche Hilfe machen könnte. Und darum habe ich mich beschlossen, deine Hilfe anzunehmen. Und hast es nicht bereut, wie man es sieht. Nein. Okay, erzähl doch mal, du hast ja vorher schon auf deine Seele gelauscht, weil wir haben ja... beschrieben von der Familienfrau, die du ja letzten Endes auch immer noch bist. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau. Über die kaufmännische Angestellte hast du dich ja schon zwischenzeitlich zur Therapeutin entpuppt und entwickelt und weitergebildet. Du hast ja schon eine eigene Praxis, als du zu mir gekommen bist. Genau. Und hast ja auch geglaubt, oder bist ja da deiner Seele schon ein Stück weit gefolgt, sonst hättest du dich ja nicht zur Therapeutin ausbilden lassen. Genau. Ja. Ja, ich hatte eben ursprünglich diese kaufmännische Ausbildung, bis ich dann geheiratet habe, habe ich eigentlich alle Jahre den Job gewechselt, weil sobald ich wusste, wie das ging, wie der Pfeffer, der Hase im Pfeffer ging, da war es mir langweilig. Und dann habe ich eine neue Stelle genommen. Und bis ich dann geheiratet habe, meinen wundervollen Ehemann, und wir haben zwei wundervolle Söhne bekommen, da habe ich zehn Jahre aufgehört zu arbeiten. Und da war ich eigentlich, ja, bis so nach zehn Jahren begann diese Unruhe wieder gegen etwas. Ja, ich bin jetzt nicht zufrieden. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann irgendwie angefangen, ein bisschen zu jammern, hier und da, und mein Mann hat dann gesagt, ja, dann mach doch irgendwas. Hör auf zu jammern, mach, ich unterstütze. Da dachte ich, okay, dann schau, also, war jetzt noch gar nichts anderes als diese kaufmännische Sache auf meinem Schirm. Habe ich mir also eine Stelle gesucht, eine Teilzeitstelle von zwei Tagen bei der, bei einer Stadtverwaltung bekommen. Ja, und da war das erst mal dann gut, weil ich ja nur zwei Tage arbeitete. Aber so nach ein paar Jahren war ich wieder am gleichen Ort, ich war wieder unbefriedigt, war wieder nicht das, was ich wollte. Da habe ich begonnen, Bücher zu lesen, mich weiterzubilden, so vorab, Bücher zu lesen. Ich könnte machen, was ich wollte, wenn ich nur wüsste, was. Ja, ja. und ich habe mich dann auch sehr für Spiritualität interessiert, habe wirklich, ja, immer nur gelesen und gelesen, aber vieles ist mir dann nicht geblieben, weil diese ganze Leserei mit irgendwie nichts, wenn du nicht tatsächlich in die Tat schreitest und etwas damit machst. Ja, und dann hatte ich tatsächlich ein, für mich ein ganz, einen Seelenruf, wenn ich zu diesem Therapeutenberuf gekommen bin. Ich bekam an einem Samstag, ich weiß noch ganz genau, am Samstag Nachmittag, bekam ich total schreckliche Kopfschmerzen, also ich konnte die kaum aushalten, und ich hatte in meinem Leben noch nie Kopfschmerzen. Ich musste mich in ein dunkles Zimmer legen, und also es war ganz fürchtet, ich habe irgendwelche Schmerztabletten genommen, nichts hat genutzt. Und eben, ich war ja da drauf, dass ich schon lange etwas wissen wollte, wohin es mich führen würde. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, du, wenn du solche Schmerzen hast, geh doch zu dieser und dieser Therapeutin. Ja. Bin ich da hingegangen, zuerst habe ich gedacht, ja, was ist das denn? Keine Ahnung, aber ja, okay, ich gehe jetzt da hin. Habe mich da hingelegt, auf die Linke, die hat angefangen, mich zu behandeln, und er hat es wie Knall gemacht, das bin ich. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, was das ist, wie lange geht die Ausbildung, nee, ich wusste nur, ich gehe da hin. Und es war irgendwie Dezember vom Ende Jahr, und ich habe dann geguckt, was gibt es da für Schulen, und dann habe ich mich einfach irgendwo angemeldet, und die Schule startete am 11. Januar nach den Ferien, und die war zu, als ich mich angemeldet habe, also ich wusste gar nicht, kann ich da überhaupt mitmachen oder nicht, und ich war dann die ganze Zeit Weihnachten, Silvester, total aufgeregt, geht es da, und ich weiß noch ganz genau, wie das war, und da sich dann ein Bescheid kam, du kannst gehen, habe ich nur so geschrien, yeah, und dann, meine Jungs sind gekommen, hey Mama, was ist denn mit dir los? und dann sage ich, ich kann in die Schule. Die waren da irgendwie so in der Oberstufe, also da haben sie gesagt, wie freut sich, dass sie in die Schule kann. Ja, 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 ja. Können wir tauschen, wir bleiben dann für dich zu Hause, ne? Aha, okay. Und dann der Beginn. Dann ging es mir eigentlich wirklich sehr gut, weil eigentlich der Mensch hat mich schon immer interessiert, wie das funktioniert, die Anatomie, also ich fand schon immer, dass wir Menschen sind so ein unbeschreibliches Wunder und ich wollte eigentlich immer schon wissen, einfach mehr darüber wissen, wie das alles funktioniert und das hat mir dann diese Ausbildung erlaubt, das Ganze in die Tiefe zu gehen, das zu lernen. Es war einfach so faszinierend und die ganze Ausbildung, das war natürlich auch auf einer spirituellen Ebene, ging es da auch weiter, es war ein Stressarbeiten, Transformationen, es war ganz viel am sich verändern und ja, dann war ich dann irgendwann mal fertig und konnte meine erste Praxis eröffnen, fanden da Räume für meine Praxistätigkeit und ich arbeitete aber immer noch diese zwei Tage und dann war das ein bisschen viel, zwei Tage Arbeiten, Kunden, ja irgendwie und ich war dann 56, als ich gedacht habe, ich glaube, ich muss jetzt einen Schritt machen und meinen Brotjob loslassen, aber von dem Moment an, als ich begann, darüber nachzudenken, bekam ich Sehnenscheidenentzündungen, Essattacken wurden ganz schlimm, also es hat mir irgendwie, dann dachte ich ja, okay, also vielleicht ist es jetzt noch nicht so weit, wenn ich da solche Zeichen bekomme, das muss ja jetzt nicht unbedingt gleich jetzt sein, aber dann gab es auch wirklich extreme Veränderungen im Büro, also es wurde wirklich untragbar und dank der Unterstützung auch von meinem Mann, habe ich dann gekündigt, weil ich meine, ich war 56, so lange wäre es ja nicht mehr gegangen für die Pension, aber es war mir einfach zu lange, da so darunter auch zu leiden, weil es, die Kultur da war nicht mehr schön, alle haben nur, sind schlecht miteinander umgegangen, also es war kein Aushalten. Ja genau, und ich dachte dann so, jetzt starte ich durch, jetzt werde ich eine erfolgreiche Praxis haben, ja und dann ging ja erst mal gar nichts, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, auch meine Essattacken waren wieder, jetzt mache ich doch alles schon, wie ich es möchte, ich bin auf dem Weg und immer noch habe ich diese Symptome und dann habe ich angefangen, mir so Hilfe zu suchen, habe da eben so geschaut, wo gibt es was und so, dann habe ich eben, von dir wusste ich ja das schon und dann habe ich dann wirklich gedacht, so jetzt, das war eigentlich der Zeitpunkt, jetzt brauche ich ernsthaft Hilfe. Ja. So geht es nicht mehr weiter. Ja. Das heißt, du hast auf der einen Seite schon auf deinen Bauch gelauscht, du hast in dir gespürt, das mit diesem, wie du es so schön nennst, Brotschopf, das passt jetzt noch mal so zu 100% zu mir, du hattest dann dadurch, dass das Universum dir mal diese heftigen Kopfschmerzen geschickt hat, schon gespürt, genau das ist es und dann die Ausbildung gemacht und wirklich zu 100% gedacht, das ist es und ich lausche jetzt auf mein Herz, ich lausche jetzt auf meinen Bauch, um dann festzustellen, es war doch nur eine Station zwischendrin, die aber sein musste, um alles Weitere zu gehen, das hast du so schön erkannt. Ja, unbedingt. Und auch, ich muss sagen, ich bin auch diesen Essattacken, bin ich unheimlich dankbar, weil das war eigentlich die Chance, wegen der, denen bin ich gestartet auf diesem Weg, sonst wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, mich spirituell weiterzuentwickeln, weil es musste dann, ich suchte immer eine Lösung und es musste immer eine andere sein. Wenn es mal funktioniert hat und ich wieder zurückgefallen bin mit dieser Lösung, dann konnte ich nicht die Lösung nochmals machen, also es ging immer weiter, weiter. Und ich habe auch gesehen, es ist eigentlich mein Weg einfach. Es ist ein Weg, der vielleicht nicht einmal ein Ziel haben muss. Es ist einfach mein Weg, der so geht und der Weg, auf dem Weg zu sein, ist so wunderbar und schön, habe ich jetzt, finde ich jetzt. Mir ist dann verdammt klar, es ist der Weg, ich bin auf meinem Weg. Ja, wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel und du hast ja jetzt hier durch unsere Zusammenarbeit dein Seelen-Business jetzt wirklich gefunden, sprechen wir auch gleich drüber und dennoch, und das kommt dabei jetzt auch so zwischen den Zeilen rüber, geht es trotzdem immer mal noch um Weiterentwicklung. Du möchtest dich trotzdem weiterentwickeln und ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Genau. Das ist auch letzten Endes das Leben. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Und wenn ich jetzt dort stehen würde, noch wo ich vor 14 Jahren stand, als ich die mentalen Gesundheitspraxis gegründet hätte, das wäre ja fatal. Also ich möchte mich jetzt auch noch immer weiterentwickeln und will natürlich in drei Jahren und in einem Jahr und in fünf Jahren an einem anderen Punkt stehen als jetzt, weil nur so kann ich ja mich weiterentwickeln und auch eine andere Hilfestellung noch mal für das Gegenüber geben. Genau. Sehr, sehr schön. Kannst du denn einen Zeitrahmen nennen, wie lange dich die Essattacken begleitet haben? Gibt es dann Zeit, in der Esslion irgendwo so, in Erinnerung? Dann bestimmt mindestens 30 Jahre. Also es war ja nicht so, dass ich 365 Tage darunter gelitten habe. Natürlich nicht. Das war immer wieder. Ja, genau. Immer wieder. Und natürlich zu tun mit dem Selbstwert, das ist ja klar. Weil ich mich von Äußerlichkeiten halt beeinträchtigen habe, anstatt dass ich meinen eigenen Selbstwert gefunden hätte, habe. Jetzt habe ich ihn. Jetzt brauche ich, das konnte ich ablegen. Und zwar konnte ich das mit deiner Hilfe, mit deinem Programm, konnte ich immer mehr in die Fülle, in die Stärke kommen. In eine Stärke. Ja, genau. Das Wort ist die Stärke. Dieses habe ich noch nicht gelebt. Also mir wurde auch klar, mit der Arbeit mit dir, dass es für mich gewisse Dinge waren gar nicht in meinem Kopf vorhanden. So zum Beispiel, dass ich eine erfolgreiche Unternehmerin sein könnte. Ich war einfach eine normale Frau. Ja, die macht ihr Ding und die bedient noch etwas daneben. Ja, okay. Aber dass ich eine eigene Firma gründen könnte und total erfolgreich wäre, denn es war überhaupt nicht existent in meinem Kopf. Logischerweise wird es da nicht sein, weil, wie heißt es so schön, Materie folgt Geist, oder? Und wenn es ja nicht gerade vorhanden ist, kann es ja gar nichts werden. Und es war auch so eine großartige Eingebung, als dass er dann kam. Okay, ich habe ja immer so was ganz anderes gedacht. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir im Programm und von Anfang an hattest du schon so eine klare Vorstellung, dass so und so möchtest du das haben. Und dann warst du erstaunt, dass letzten Endes was ganz anderes bei rauskam nochmal, weil wir genau hingeguckt haben und im nächsten Schritt die Essattacken und alles auch weg war. Genau. Würde ich auch gerne gleich noch drauf eingehen. Ich würde noch gerne ein bisschen drauf eingehen, über die Botschaften, die die Seele uns mit solchen Dingen einfach schickt, weil was verbirgt sich jetzt denn zum Beispiel in dem Thema Essattacken oder Brustrissen? Es fehlt irgendwas in unserem Leben. Du hast das so als Selbstwert auch bezeichnet. Man ist nicht komplett in seiner eigenen Kraft, Stärke und Energie. Man lebt nicht sein volles Potenzial. Es fehlt etwas. Und dann sind wir so dazu geneigt, hier Dinge reinzustecken, um das zu komprimieren. Ja. Ja. Und das waren genauso deine Symptome. Du hast gespürt und das war nicht ständig so, sondern zwischendrin immer mal wieder, wo diese Attacken dich immer hatten. Und ja, magst du selbst noch ein bisschen was dazu sagen, Irmgard? Es ging natürlich auch um Gefühle fühlen, oder? Oder innere Anteile, die nicht gelebt werden wollten. Also das ist, glaube ich, die Gefühle, was ich da hatte, was auch immer. Es kann Wut sein, es kann Trauer sein, es kann sogar Langweile sein. Wenn man die nicht fühlen möchte, dann weicht man aus und macht da irgendetwas anderes, nur damit man sie nicht fühlen müsste. Ja. Wir sind da sehr süß unterwegs und lassen uns da unbewusst ganz viele Dinge einfallen. Ja, genau, ja. Die Möglichkeiten, auch andere Personen. Meines war jetzt, war es jetzt dieses, weil ich glaube, da sind ganz viele Leute draußen unterwegs, die das nicht gerne machen und sich vor allem auch gar nicht bewusst sind, dass sie das nicht wollen. Das ist ja das. Ja. Ja, genau. Weil wir es ja auch nie gelernt haben, wir sind Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken und unsere Seele kommuniziert nun mal mit uns über die leisen Botschaften von Gefühlen und dann, ja, hat man uns das aber nicht beigebracht, wie den Aborigines zum Beispiel, den hat man oder bringt man im Alter von etwa 18 Monaten bei, wenn die Seele dir ein Gefühl schickt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als sich zurückzuziehen, auf dein Herz zu lauschen, welche Botschaft da birgt sich dahinter und deinem Herzen dann zu folgen. Da sind wir hier in unserer Kultur ja noch, ja, fast Lichtjahre von entfernt. Es ist wünschenswert, dass wir da ganz schnell in die andere Richtung gehen können. und da hat man auch, Entschuldigung, der Weich geholfen. Ich habe also mich oft dann, auch wenn irgendwas war, habe ich einfach weich geatmet, also nicht irgendwelche vorgegebenen Atemtechniken, sondern einfach nur meinen Atem beobachtet und weich und dann kamen dann auch die gewissen Anteile hoch. Ja, es ist dann aber einfach lustig, dass dann immer wieder, auch wenn ich Perioden hatte, an denen das so klappte und dann plötzlich war ich wieder raus, musste irgendwas im Außen sein und dann habe ich wieder in den zwei Monaten nichts mehr, mich mit dem auseinandergesetzt und schon ist man dann wieder drin. Also es war wirklich, es ist wirklich nötig, dass man jemanden hat, der einem an die Hand nimmt und wenn man das dann auch jetzt eine Weile täglich übt und macht und immer zuvorderst hat, dann kommt man wirklich nur da rein, oder? Gelesen haben wir alle schon sehr vieles. Ja, genau. Auch das von deinem Programm, das war nicht tausend Dinge neu für mich, aber ich habe sie nicht gemacht. Das ist das metaphorische Beispiel, das ich da immer gerne bringe. Wir sitzen auf einem Boot im See und schippern kreisförmig in der Gegend rum, gucken da, holen da einen Impuls, da mal was Kostenfreies, da mal ein Buch lesen, da mal wieder gucken, dann begegnet einem wieder eine PDF-Datei und da ist eigentlich das wettende Ufer, aber das Navigationssystem fehlt da hin. Genau, ja. So, und dann sind wir nach einer kurzen Weile im Programm bei deiner Lebensstory angekommen und haben da näher hingeschaut und das waren dann ganz viele Lichtblicke für dich. Erzähl. Aber, also, ja, wie soll ich sagen, es war eigentlich, eigentlich hatte ich den mit der Lebensdauer noch nicht den Lichtblick. Ich dachte immer, ja, das passt alles irgendwie zusammen, aber es ist nicht, ich habe natürlich wieder so einen Klick erwartet, wie die Seele mir schon mal, weil ich wusste ja wieder, wie das war und so war es dann auch. Also, ich hatte eigentlich schon etwas zusammen gedacht mit meiner Story, was ich gerne machen wollte, was ich für, was mein neues Seelenbusiness sein sollte, was ich integrieren könnte in meine jetzige therapeutische Tätigkeit schon und dann war ich so, hatte ich eine Phase von zwei, drei Wochen, da war ich total schusselig, habe alles vergessen, bin überall reingerannt, also, ganz komisch und dann hatte ich eine Freundin getroffen, habe ihr das erzählt und sagte, du bist im Umbruch, weil, das ist so, du brauchst ja keine Angst haben, du bist langsam alt oder was weiss ich, du bist im Umbruch. Da dachte ich, okay, ja, also, witzige Weise, dann ging es irgendwie einen Tag später, saß ich, machte irgendetwas anderes, mich ab und nicht mit um das Programm gekümmert, da kam mir dieser Geistesblitz. Ich will Frauen helfen, frei zu werden von Essattacken und Frustessen, damit sie ihr Wohlfühlgewicht erreichen, ohne Verzicht, und Zwang. Wer nicht, wenn ich, kann diesen Frauen helfen, ich habe so lange darunter gelitten und ich bin die Expertin, ich weiss genau, wie die sich fühlen, also, ja, und das hat wirklich auch so, so gemacht, zack. Klick, war es da und dann hatte ich plötzlich mein Gedächtnis wieder, da war alles wieder gut, schlusslich war vorbei, habe ich nicht alles vergessen, war alles wieder normal, also, schon ganz lustig. Und deine eigenen Essattacken und Frustessen, das hattest du damit dann auch beendet oder beenden können, das hat aufgehört, Ja, das war weg. Ich habe eben gesagt, natürlich war die Vorarbeit auch schon wichtig, was ich die letzten Jahre alles gemacht habe, das ist klar, aber jetzt kam das Ganze zur Conclusion, oder wie sagt man dazu? Zum explodieren, das ist jetzt der Quantensprung, der nächste Quantensprung, der einfach fällig war, auf deinem Weg, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das geht dann. Und jetzt hilfst du erfolgreich Frauen dabei, sich zu befreien von ihren Essattacken, hast auch eine Facebook-Gruppe gegründet, magst du die, Marcia, mit unseren Teilnehmern mitteilen und auch gerne einladen in deine Gruppe? Ja, sehr gerne. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dabei sein, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Drei von Essattacken und Frustessen und ich gebe da Tipps und Meditationen und ja, einfach für den Alltag, was da so helfen könnte. Es geht aber nicht um Diät und es geht wirklich nicht um Verzicht, sondern es ist eigentlich so eine Reise zu dir selber mit verschiedenen Etappen, was wir da losgehen. Ja. Sehr, sehr schön. Was hat sich jetzt so bei dir verändert? noch zusätzlich, seit du so eine Klarheit hast, wo der Weg hingeht, seit du deine Größe entdeckt hast und wirklich so die Weite entdeckt hast und dich zur Unternehmerin, zur erfolgreichen Unternehmerin entpupst und auch mal so der Geldenergie da gegenüberstehst und nicht so. Also vor allem finde ich auch jetzt, mein Selbstbewusstsein ist extrem gestiegen und ich, es ist wurscht, wenn man etwas nicht perfekt ist. Ich kann dazu stehen, zu dem, auch jetzt zum Beispiel so Videos drehen oder jetzt dieses Interview zu führen, das hätte ich vor einem Jahr nicht führen können. weil ich, oh, wie sehe ich denn da aus und wow, was erzähle ich und Hilfe und ja, also, und jetzt ist das, ist das alles viel ruhiger. Ich bin in meiner Mitte und so angekommen. Das bildet auch das Umfeld, mein Mann, meine Kinder. Ja, es ist ruhiger geworden in unserem Haus, aber ich bin die Motivierteste, also ich bin total voller Kraft und Power unterwegs, bin ich nur am Arbeiten und ständig ist immer noch da, weil bis ich jetzt das alles, jetzt will ich das alles auch vor dem Mann bringen und wirklich da loslegen, weil das ist jetzt, alles ist offen und natürlich da muss man auch was machen dafür. Ja, es gibt halt hinter den Kulissen immer noch was zu tun, das ist klar. Ich bezeichne das immer gerne als Wirken, Selbstverwirklichung, weil wenn man ja genau das, was macht, was dem eigenen Herzen entspricht, dann empfindet man das ja nicht unbedingt als Arbeit, sondern es ist wie ein Hobby, da denkt man ja nicht drüber nach, oh, ich habe jetzt drei Stunden mich mit meinem Hobby hier beschäftigt, sondern man geht ja da drin auf, man vergisst Raum und Zeit und das ist auch mit Selbstverwirklichung gemeint. Ja, wobei das man wusste, das hatte ich eigentlich schon vorher zu meiner Therapie, ich war eigentlich, seit ich diese Ausbildung gemacht habe, bin ich ständig am etwas Lernen, Nachschauen, weil das glaube ich, ich kann gar nicht mehr, ich muss mich manchmal zwingen, irgendwas zu tun, was jetzt nichts mit Lernen zu tun hat. Ich liebe das, du nennst es so toll, über alles nachzulesen und ja, Anatomie weiterhin, ja, es ist so. Fortbildung, Weiterbildung ist definitiv eines deiner Stärken und auch deiner Werte, das ist auch wichtig, dass man seine Werte kennt, weil damit beschäftigen wir uns ja auch so hinter den Kulissen in der Akademie, Ich würde noch gerne eines ansprechen, was oftmals auch so ein Angstfaktor ist, ein Angstpunkt, gerade bei Frauen, was auch bei mir mal ein Thema war, als ich gedacht habe, ich mag so, wie ich jetzt lebe und was ich jetzt mache, so mag ich nicht mehr weitermachen, sondern ich will jetzt absolut meinem Herzen folgen und konstant diesen Weg gehen und da kommen Ängste auf, was ist, wenn ich jetzt meinen Weg gehe, wenn ich meinem Herzen folge, geht dann die Partnerschaft auseinander, reiße ich die Familie auseinander, haben dann die Kinder plötzlich eine Patchwork-Familie und, und, und. Das sind alles Dinge, die mich begleitet haben und ich weiß, dass das viele Frauen da draußen, vielleicht schaust du jetzt in der Richtung auch gerade zu und stehst zu einem Punkt und denkst, ja, was passiert denn, wenn ich meine, in meine volle Größe, Stärke und Energie gehe und da hast du auch spannende Erfahrungen gemacht, dass was ganz Tolles geschieht, ne? Erzähl. Ja, also ich muss sagen, meine Familie unterstützt mich voll und ganz, also meine Jungs waren auch immer bereit, sich als Übungspersonen hinzulegen, ich konnte immer an ihnen arbeiten, mit ihnen arbeiten, und ich habe auch gesehen, durch das, dass die Mutter mit 50 nochmal eine Ausbildung macht, haben sie jetzt nach ihren Berufen, machen sie auch Weiterbildungen, mein Größe ist auch ein bisschen auf, naja, wie soll ich sagen, ja, auf einer anderen Schiene unterwegs, also das, ich tue ja das nicht erzählen, alles was ich mache und denke, Sondern die sehen das nur als Vorbild. Die Energie, du hast eine andere Energie einfach, eine andere Ausstrahlung, anderes Charisma, eine andere Anziehungskraft und das wirkt sich auf die ganze Familie aus, ne? Und mein Mann war immer so toll, er hat zwar überhaupt nicht verstanden, was ich da mache, in dieser Therapie, aber der fand das immer so toll, hat allen erzählt, sie macht jetzt das und so und dann hat er irgendwas Theoretisches dann gelernt und hat den Leuten erzählt, wie das eigentlich geht, obwohl er das noch gar nicht ausprobiert hatte, aber immer, immer unterstützt. Aber was ich wichtig finde, ist, er geht jetzt nicht denselben Weg wie ich, aber es ist überhaupt kein Problem, wir können miteinander so leben und jeder hat ein bisschen andere Ideen, das geht sehr gut zusammen. Ja. Manchmal braucht es gar keine Kommunikation, dass dann diese Jahre, doch plötzlich sagt er dann sowas, was ich aber nie zu ihm gesagt habe, aber er kommt dann auch auf diese Ideen. Ja. Ja. Ja, ich müsste jetzt nicht bei ihm sagen, komm, mach doch dieses, das würde er natürlich nicht gut finden, das ist klar, aber er kommt einfach so, weil er neben mir lebt, ja, logischerweise. Ja, ja. Und er sich anspricht. Ja, klar. Und letzten Endes steckt darin auch unter anderem das Geheimnis einer wirklich erfüllten Partnerschaft, sowohl auf der partnerschaftlichen Ebene, auf der Ebene der Frau, der Mutter, aber auch der Ehefrau oder Liebhaberin oder wie auch immer, welche Beispiele da ansprechen, wenn jeder in seiner eigenen Kraft, Stärke und Energie ist, mit sich im Reinen ist, in seiner Mitte ist, dann hat man keinen Grund, im Außen beim Partner zum Beispiel Dinge zu suchen, die einem selbst fehlen und total unzufrieden, seinem Partner oder auch den Kindern gegenüber sich zu verhalten, was ja letzten Endes zu Diskussionen und zu Streitereien führt. Letzten Endes ist man so auch Eheretter, Partnerschaftsretter oder wie auch immer, mal ein Familienretter, wie man das immer auch nennen möchte. Ja, genau. Natürlich hatten wir auch Jahre Zeit, also ich meine, eine Ehe, wenn man jetzt nächstes Jahr sind wir 30 Jahre verheiratet, das ist ja nicht immer nur Honeymoon, oder? Das ist ja ganz klar, weil wir ja, jeder entwickelt sich weiter, die Kinder. Ja, klar. Das ist logisch. Aber die rosa-rote Brille ist immer mal noch da, ne? Sonst wäre es ja auch langweilig, wenn zwischendrin auch mal so eine kleine schwarze Brille da ist, aber man merkt es dann schnell und weiß auch. Das Gegenüber spiegelt mir gerade etwas wieder, da darf ich mal wieder hingucken. Genau. Darf mal wieder in Zwiebelschale lösen, ne? Ich spreche ja auch immer gerne davon, um wirklich an den Kern der Sache heranzukommen und an sein eigenes Potenzial zu kommen. Das, was einen selbst ausmacht, also diesen Kern ausmacht, das wir als Päckchen mitgebracht haben, als wir uns die Familie da von oben angeguckt haben und unseren Rucksack gepackt haben, um es mal so auszudrücken, mit unserer Seelenaufgabe und darunter gekommen sind. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich damit sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß jetzt erst mal, was ich damit sagen wollte. Ne, egal. Da fällt man noch mal ein. Weil es hat uns ja da, es ist ja so vieles über uns gestülpt worden, einfach auch, was uns vergessen hat lassen, wie großartig und einzigartig wir sind. Das ist keine Elternschild oder so, dass die uns das mit auf den Weg geben wollten. Aber sie wussten es ja letzten Endes auch mit Bessersam, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. gehandelt. Und ja, aber das ist das, was uns dann zwischen unserem Auschecken aus dem Bauch von der Mama bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann auf die Suche machen, einfach dazwischen gekommen ist. Was aber auch mit zum Weg gehörte, was einen ja dann auch ausmacht, wie bei dir. Dein eigener Weg gehört zu dir dazu und deshalb kannst du jetzt ja den Frauen, den Menschen, die zu dir finden, so helfen, wie du helfen kannst, mit deiner Einzigartigkeit. Ja, genau. Und darf ich noch etwas sagen? Ja, natürlich. Das habe ich nicht gesagt, weil ich war auch lange Jahre mit dem Glaubenssatz Leben heißt Kämpfen unterwegs. Und zwar war das so, dass ich mit, ich war als junges Mädchen, war ich total eine Wilde, also man hat ihm so Bub gesagt, fröhliche, lustige, bis mit acht meine Mutter plötzlich krebskrank wurde und sie war dann vier Jahre krank und als ich zwölf war, ist sie gestorben. Und von da an war das Leben für mich schon eher ein Kampf. Da war alles andere als leicht, aber auch da wieder der Weg dahinter. Wenn ich das nicht, ich war auch ziemlich schnell, ich glaube schon nach 20 war ich schon dankbar, weil ich war immer etwas weiter dann als andere. weil, ja, ich war reifer als andere, weil ich das ja alles erlebt habe. Ich sah das immer, ich dachte, ich sah immer die positiven Zeiten drin, diesem Erleben, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft war für mich. Ja, ja, aber das macht dann jeden Einzelnen aus, so wie wir bei dir diesen roten Faden auf den Punkt gebracht haben, was jetzt wirklich dein Herzensding ist. So habe ich auch den roten Faden in meinem Leben, so ist ja auch die Akademie und das alles entstanden. Weder du noch ich noch andere, die wirklich ihre Seelenaufgabe gefunden haben und daraus den Seelenberuf kreieren, die geben etwas weiter, was aus der Theorie stammt, die geben nur das weiter, was aus dem Herzen herausfließt. Das ist letzten Endes auch mit das Geheimnis des Erfolges, weil wenn das Herz, die Seele an erster Stelle stehen, alles, was daraus dann erfolgt, das ist der Erfolg, wenn man dann zusätzlich noch sein Mindset dahingehend ändert, dass man sich auch der Geldenergie öffnet, die wir ja hier in unserer materialistischen Welt nun mal auch brauchen. Ist ja auch gut, dass es Geld gibt, wenn wir irgendwo hinfahren wollen oder was kaufen wollen, ist es ja gut. Stell dir vor, du gehst zum Bäcker, willst da Brötchen kaufen, der hat aber kein Problem mit Frustessen, wie willst du dann die Brötchen kriegen? Also es ist gut, wenn wir da können ein paar Franken hinlegen und die Brötchen kaufen, zum Beispiel. Wir haben nur so ein krankes Verhältnis zum Geld in der Richtung, aber da hast du auch ganz viele Erkenntnisse bekommen und auch ganz vieles geändert hier jetzt. Ich glaube, auch der Satz oder das Erkennen von, dass Geld Energie ist, nicht mehr und nicht weniger wie alles im Leben. Ich glaube, das war auch so etwas ganz Wichtiges. Also mit dem Geldmindset beschäftigen wir uns in der Akademie hinter den Kulissen auch ganz, ganz arg. Genau. Sehr schön. Ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen jetzt habt, schreibt es gerne ins Kommentarfeld rein. Ich gucke da gleich auch gerne rein. Da nehmen wir uns gerne noch Zeit, darauf einzugehen. Es gibt immer so ein bisschen Verzögerungen von der Übertragung hier auf Facebook. Also jetzt ist der Punkt, Fragen reinzuschreiben. Gucke ich da noch gerne. Und in der Zwischenzeit, Irmgard, was sind so deine drei Perlen, deine drei größten Learnings seit unserer Zusammenarbeit jetzt? Ja gut, also das Größte und Wichtigste, was ja mein Leben 30 Jahre lang beschäftigt hat, waren diese Essattacken und dass ich die jetzt nicht mehr habe. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also wenn du mir gesagt hast, komm in meine Gruppe und du hast das nachher nie möchtet wiedergegeben. Geht gar nicht. Nein, aber wirklich ist das dann ganz anders. Wir hätten dann auch wahrscheinlich den Fokus auf die Essattacken gelegt, statt den Fokus hier wirklich da drauf zu legen, was ist in dir drin. Genau. Ja. Okay, wunderbar. Und das zweite eben war das Wechseln von meinem Mindset, eben, dass ich tatsächlich ich selber als 57-jährige Frau noch erfolgreich sein kann. Ich stelle mir auch vor, dass ich, ich habe eine riesige Visionen, was ich da noch gerne erreichen möchte und diese Vision hätte ich gar nicht haben können, wenn dieser Switch nicht passiert wäre. Der ist wirklich nur mit einem Mindset-Programm konzentrieren, oder? Weil ich da so klar wurde, aha, das existiert gar nicht in dir drin. Sehr gut. Ich dachte immer nur, ich bin so ein Anhängsicher. dann eigentlich schon, ja, also schon nicht, ich weiß, was ich meine. Okay. Und dann Nummer drei, was war jetzt Nummer drei? Oh, sorry. Ja, natürlich habe ich mein Seelenbusiness gekauft. So ganz nebenbei haben wir Seelenbusiness noch gefunden. Sehr, sehr schön. ich glaube, das sind riesen Meilensteine, also wann bin ich zu mir gekommen? Irgendwie so im März oder was? Ja, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ja, Du hast dir im Grunde genommen auch noch Zeit gelassen, ne? Also wir haben das ja ganz auf dich abgestimmt, in deinem eigenen Tempo sind wir die Schritte da durch, weil ich denke einfach, ich möchte niemandem was überstülpen, in dem Zeitraum musst du das erreicht haben, ansonsten friss oder stirb, sorry, bist du halt wieder draußen. Das finde ich in mir nicht, weil ja auch rundum, man hat ja auch rundum noch Themen mit Familie, mit Beruf und solchen Dingen. Da war ja auch noch Sommer, oder? Ja, Was ich ganz schnell erwähnen muss, ist, dass ganz nebenbei auch in meiner Praxis wieder viel mehr Leute kommen und irgendwie funktioniert da auch alles viel einfacher. Es liest einfach so, es ist einfach alles nur schön, auch die Behandlungen, alles was ich geben kann, ist viel einfach so aus dem Herzen, so frei. Ja, das hat was mit deiner eigenen Energie zu tun, die auf einem anderen Level ist und du hast dich geöffnet und es fließt aus dem Herzen heraus einfach. So, so schön, so schön, ja, danke dir. Okay, ja, ihr Lieben, dann schaue ich mal, ob ich jetzt noch ein paar Fragen entdecken kann, auf die wir dann noch gerne eingehen. Ansonsten schauen wir anschließend einfach mal noch mal rein und beantworten da gerne auch noch. Die Hilke schreibt, mit dem, was du zu deiner lebenslangen Weiterentwicklung und dem Lernen gesagt hast, liebe Eben bin ich total in Resonanz gegangen. Es geht mir genauso und ich finde es super schön, dass wir einen Teil unserer Entwicklung gemeinsam gehen können. Danke, liebe Hilke. Schön. Danke. Die Katrin fragt, kannst du inzwischen so leben, dass du dich selbst und deine Familie selbstständig großzügig versorgen kannst? Da können wir Ja zu sagen, ne? Genau. Alles erst der Anfang. Die Hilke schreibt, so schön euch beiden so zuhören. Ja, so eine schöne Energie. Sehr, sehr schön. Danke, liebe Hilke. Im Grunde genommen vielleicht an der Stelle, ich gucke mal, ob ich hier noch weitere Kommentare gerade bekomme, ob ich mir die noch kann anzeigen lassen. Manchmal ist da Facebook ganz komisch, das ist mir das letzte Mal schon so gegangen, dass ich die Kommentare mit sehe. Das ist ein ganz, ganz hilfreicher Aspekt bei jedem Erfolg, den du machst. Ich sehe leider keine Kommentare weiter. Okay, gucken wir nachher dann rein, also versprochen. Bei allem, was du machst, also ich spreche jetzt unsere Zuschauer an, die eben weiß das sowieso, jeden kleinen Erfolg, den du feierst, anerkenne dich dafür, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit pflanzt du in deinem Unterbewusstsein ein, okay, die Erfahrung brauche ich nicht mehr, den Schritt habe ich schon gemacht, diese Stufe habe ich schon erklungen, oder erklungen, erklungen, egal, du weißt, was ich meine. Und das nächste ist, gleich die Denkweise, das ist alles erst der Anfang. Gleich zu denken, das ist alles erst der Anfang, weil damit öffnest du automatisch dein Mindset, deine Denke auf, was entsteht da noch weiteres, größeres. So wie wir das als kleines Kind ja auch morgens gemacht haben, als wir es erwarten konnten, aus dem Bettchen zu rüpfen. Was gibt es hier Neues zu entdecken? Was gibt es hier Neues zu kreieren? Und wenn ich mich darauf dann eben ausrichte, das ist alles erst der Anfang, dann erwarte ich noch viel mehr. Und noch ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich mir eingepflanzt habe und den ich euch ja auch immer einpflanze in der Akademie. Wenn mal ein Brocken kommt, wenn mal die schwarze Brille auf der Nase sitzt, um es mal so auszudrücken, jetzt erst recht und die Frage stellen, wie kann ich denn da jetzt rumgehen? Wie kann ich den Brocken zur Seite räumen? Das weißt du auch wie einfach das sein kann, wenn man einfach Fragen stellt. Ja, das Leben ist so, da werden Brocken kommen, also ich hoffe, die sind relativ klein, aber die werden kommen und das Leben geht weiter. Ich sage, das ist der Weg, der Weg ist aber nicht gerade, nicht linear, sondern da geht es auf und ab und je mehr man sich das bewusst ist, umso einfacher ist es. Genau, das ist zum einen das Spannende daran, man kann dem durchaus was Spannendes abgewinnen und zum anderen ist das ja auch die Entwicklung. Das bringt ja letzten Endes auch die Größe und Stärke einfach rüber. Okay, also, ihr Lieben, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst von dieser ganz, ganz tollen Entwicklungsgeschichte von der Irmgard, dann schreibt jetzt gern jemand aus meinem Team einen Link hier rein, es gibt die Wochen nochmal freie Termine mit mir persönlich, dann lass uns auch sprechen in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch, genauso wie ich das mal vor einiger Zeit mit der Irmgard gemacht habe und dann schauen wir uns ganz genau deine Situation an, wo du jetzt stehst und schauen auch ganz genau, wo du hinmöchtest und du siehst ja, was für wundersame Dinge dann entstehen können auf dem Weg an dem Beispiel von der Irmgard und deinen Link posten wir gerne anschließend auch nochmal unten rein sehr gerne seid alle jetzt kommen genau einfach Beitrittsanfrage stellen und dann lässt du die Herrschaften rein versprochen ja gut und der Link zu einer kostenfreien Durchbruchssession der kommt jetzt auch nochmal und da freue ich mich wenn ich auch mit dir mal runter vor Augen sprechen kann und dann schauen wir genau wo du stehst und wo du hin möchtest und schauen ob deine Zusammenarbeit passt und wie genau ich dir helfen kann in diesem Sinne ganz ganz liebe Grüße aus dem Saarland hier in die Gruppe und aus der Schweiz von den beiden Irmgard ganz liebe Umarmung bis ganz bald Tschüss 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 Vielen Dank.